Hallo liebe Schülerinnen und Schüler! Hallo zusammen! Herzlich willkommen zu unserem Video 7.4 Ebenen im Raum. Bevor wir aber zu den Ebenen kommen, nochmal zurück zu den Geraden. Wir haben die Parameterdarstellung von Geraden behandelt. Und aus was besteht die nochmal? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Stützvektor, hier durch P dargestellt, und wir brauchen einen Richtungsvektor, hier durch U mit dem Pfeil dargestellt. Aber wie ist denn das geometrisch zu deuten? Gut, der Stützvektor ist geometrisch gedeutet einen Punkt P, der auf der Geraden liegt, den sehen wir hier. Und daran hängen wir einen Pfeil U an, den sehen wir hier. Und je nachdem, wie wir jetzt diesen Faktor R wählen, erreichen wir damit theoretisch jeden beliebigen Punkt auf dieser Geraden. Stimmt, das haben die letztes Mal behauptet, das glaube ich aber gar nicht. Machen Sie mal ein Beispiel. Schauen wir mal an, wir haben hier den Punkt C, der ist hier. Und da habe ich schon geschrieben, erreichen wir für R gleich 1, wenn wir also an P genau einmal das Pfeilchen U ranhängen. Und K, aber wir haben ja noch einen anderen Punkt D. Wie erreicht denn den? Was muss ich denn da für R einsetzen? Kleiner Tipp, es ist ein ganzzahliger Wert. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, sicher habt ihr rausgefunden, R muss minus 2 sein. Denn wenn wir den Pfeil an P zweimal in die andere Richtung ranhängen, kommen wir zu D. Um das nochmal zu zeigen, für alle möglichen anderen Punkte haben wir was in GeoGebra vorbereitet. Der Teil zeigt es mal. Gut, wir haben jetzt hier einen Punkt P, an der ist der Pfeil klein U rangehängt. Momentan ist der Vorfaktor dieses R, oben seht ihr das eingestellt auf 1. Da landen wir hier beim Punkt X. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir diesen Vorfaktor verändern. Dann gehen wir mal auf 1,5. So. Dann rutschen wir eine ganze Stelle weiter rüber. Nochmal erhöhen, dann landen wir bei 2. 2,5, 3 und so weiter. Das gleiche funktioniert genauso in die andere Richtung, wo wir gerade eben waren. Und zwar für die minus 2 haben wir jetzt den aktuellen Punkt. Und das entspricht dem, den wir gerade draußen gezeichnet hatten. Den Punkt D, den ihr auch richtig hattet. Zum Teil ergänzt das mal, und zwar für ganz viele andere Punkte auf der Geraden. Und wir sehen hier, wir haben alle Punkte, die auf der Geraden liegen. Und wenn wir unser R feiner einstellen würden, nicht nur in 0,5er Schritten, sondern ganz, ganz fein, im Endeffekt alle reellen Zahlen nehmen, hätten wir eine schöne Gerade. Gut, ist das schön und gut mit Geraden? Habt ihr das alles ja kapiert? Wir kommen jetzt zu Ebenen, denn unser Thema heißt ja Ebenen im Raum. Wie könnten wir eine Ebene darstellen? Schauen wir uns an. Ja. So, wir haben hier eine ähnliche Skizze wie drüben bei der Gerade. Nur dieses Mal haben wir unten bei der Parameterdarstellung wieder einen Stützvektor P, aber nicht mehr wie drüben einen Richtungsvektor, sondern wir haben zwei Vektoren mit Vorfaktor. Die heißen jetzt auch nicht mehr Richtungsvektoren, sondern Spannvektoren. Und wir schauen uns mal an, was das jetzt geometrisch heißt. Und zwar haben wir hier jetzt einen Punkt P und zwei Pfeile, U und V. Und mit diesen zwei Pfeilen können wir jeden Punkt auf der Ebene jetzt erreichen. Wir haben hier mal das gelb gezeichnete. Genau. Wir haben hier mal einen Beispielpunkt angezeichnet, zweiten Punkt F. Den können wir auch erreichen. Und zwar indem wir die Pfeile an den Punkt P einfach dranhängen. Könnt ihr mal überlegen, wie oft wir die Pfeile brauchen. Also wie oft wir U brauchen, wie oft wir V brauchen. Und dementsprechend muss dann die Vorfaktoren R und S richtig gewählt werden. Probiert es mal. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Also, euch war hoffentlich klar. R ist 2, S ist 1. Wir müssen also U zweimal an P ranhängen. Dann landen wir hier und noch einmal V ranhängen. Und schon sind wir bei F. Wir haben jetzt auch mal ein GeoGebra vorbereitet. Das zeigen wir euch gleich. So, ein GeoGebra vorbereitet. Wir haben Punkt P und die zwei Pfeile U und V. Dann können oben die Vorfaktoren R. R ist der Vorfaktor zu dem Pfeil U. Und S ist der Vorfaktor zu dem Pfeil V. Und die können wir oben durch den Schieberegler wählen. Momentan sind sie auf 1 gesetzt. Wenn wir erst auf 2 setzen. Der Teil macht das mal. Genau. Machen wir den Pfeil U doppelt so lang. Wenn wir auf 3 setzen mit dem Pfeil U dreimal so lang. Viermal so lang. Fünfmal so lang. Sechsmal so lang. Und kriegen eine ganze Reihe an Punkten, die im Endeffekt wieder eine Gerade bilden. Wenn wir jetzt irgendeinen Punkt von denen rausgreifen und ändern den anderen Vorfaktor, der den anderen Fall verändert, V. Herr Teil macht das mal. Zwei. 3,5. Drei. 3,54. Gegen eine ganze Reihe anderer Punkte, die auf einer Gerade liegen. Herr Teil macht das jetzt noch für ganz viele andere Werte für R und S. So, dann sehen wir, unser Bildschirm füllt sich langsam aber sicher mit lauter Punkten X, nämlich eben allen Punkten, die in der Ebene liegen. Momentan sind R und S bei uns so eingestellt, dass, wenn ihr oben hinschaut, wir uns nur in 0,5er Schritten bewegen. Wenn wir die kleiner wählen würden, würden wir es wirklich schaffen, den ganzen Bildschirm mit blauen Punkten voll zu machen. Bedeutet also, hinter dieser Parameterdarstellung, die wir gerade gesehen haben, stecken also wirklich alle Punkte, die auf dieser Ebene liegen. Definition. Jede Ebene E lässt sich durch eine Gleichung der Form E Doppelpunkt ist gleich Groß X gleich P plus R mal klein U mit Pfeil plus S mal klein V mit Pfeil beschreiben. Wichtig dabei ist, R und S sind Elemente der reellen Zahlen. Das nennt man Parametergleichung. Dabei ist P, der Stützvektor, wird als Punkt gedeutet und U und V sind die Spannvektoren, die die Ebene aufspannen und die werden, wie wir gesehen haben, als Pfeile gedeutet. Wichtig ist, U und V dürfen nicht parallel sein. Warum? Ja, wenn sie parallel wären, würden wir eigentlich mit unserer Parametergleichung wieder nur eine Gerade beschreiben. Dann überlegen wir mal, wenn wir in einem Punkt einen Pfeil dranhängen, dann dran noch ein Pfeil, der parallel ist zum anderen. Naja, der zeigt dann in dieselbe Richtung oder in die Gegenrichtung. Das heißt, da würden wir diese Gerade nie verlassen. Ja, das macht keinen Sinn. Okay, schauen wir uns ein paar Aufgaben dazu an. Aufgabe 1 Gib, falls möglich, eine Parametergleichung der Ebene E an, die durch die Punkte A, B und C festgelegt ist. Hier ist bei A drei Punkte, bei B drei Punkte. Vielleicht wollte ich es ja selber mal probieren. Kleiner Tipp, nehmt am besten A in beiden Fällen als Stützvektor. Überlegt euch, wie kann ich die beiden Spannvektoren angeben. Das geht so ähnlich, wie wir es bei der Gerade schon mal gemacht haben, wenn wir eine Gerade durch zwei Punkte gelegt haben. Wenn ihr euch nicht mal ganz sicher seid, blättert im Heft mal zurück an die Stelle, dann habt ihr vielleicht eine Idee und probiert es einfach mal aus. Wir zeigen euch die Lösung in 3, 2, 1. So, für eine Ebene, nochmal eine Wiederholung. Was brauchen wir hier? Wir brauchen den Stützvektor. Den nehmen wir hier A, also den Punkt A. Wir brauchen zwei Spannvektoren, ausgehend von A. Geometrisch zwei Pfeile, hier die zwei Spannvektoren, A, B und A, C. A, B ist 0,52-1, A, C ist –1, 2, 0. Nochmal kurz wiederholt, wie kann man die berechnen? A, B kriegen wir, indem wir die Koordinaten von B minus die Koordinaten von A rechnen. Und A, C genauso. Gut, wir kommen dann auf die Ebene. X ist 1, –1, 1, plus R mal 0,52-1, plus S mal –1, 2, 0. R und S sind Elemente der reellen Zahlen. Das sollte immer dahinter stehen. Gut, bei B. Wir haben A, B berechnet, haben –3, 3, –3. Wir haben A, C gerechnet, 2, minus 2, 2. Ja, und jetzt ist es nicht vollständig. Wo ist der Rest der Aufgabe? Ja, im Endeffekt bin ich hier schon fertig. Wenn Sie mal mitdenken. Denn, was haben wir denn vorher gesagt bei der Regel? Ihr wisst es noch, die Spannvektoren dürfen nicht parallel zueinander sein. Hier sind sie parallel dazu. Sehen Sie auch warum? Ja, und zwar kann man A, B aus A, C berechnen, indem wir nämlich sagen, A, B ist gleich 1,5 mal A, C. Oh, schlauerle. So, und wenn zwei Vektoren vielfacher voneinander sind, dann sind deren zugehörigen Pfeile parallel und das darf eben nicht sein. Also A und B sind parallel und damit spannen die keine Ebene auf. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir würden an den Punkt A den Pfeil AB ranhängen und dann nochmal den Pfeil AC, wenn die parallel sind, dann bleiben wir in einer Richtung und wir stecken auf einer Geraden fest und landen niemals in einer Ebene. So, gucken wir mal hier drüben. Schauen wir nochmal als Ergänzung. AB lässt sich nicht als ein Vielfaches von AC schreiben. Wir überlegen mal, 0,5 mal minus 2 wäre minus 1. Geht das auch hier? 2 mal minus 2 wäre minus 4 und nicht 2. Passt nicht. Funktioniert nicht. Wunderbar. Können wir hier direkt eigentlich mal hinschreiben. Ich schreibe es nochmal hin. Man braucht es dann natürlich nicht unbedingt. AB ist hier nicht parallel zu AC. Gut. Also drüben bei der B, wenn das passiert, dann gibt es keine Gerade, könnte aufhören. Sollten wir vielleicht noch hinschreiben und ergänzen. So, also die drei Punkte legen keine Ebene fest, da sie auf einen Geraden liegen. Gut. Dann kommen wir zur zweiten Aufgabe. So, Aufgabe 2. Gib eine Parametergleichung der x1, x2 Ebene an. Wir haben hier drüben nochmal ein dreidimensionales Koordinatensystem. Zur Erinnerung, die x1 Achse, die nach vorne geht, die x2 nach rechts und die x3 nach oben. Und die x1, x2 Ebene sind jetzt alle Punkte, die hier in der Ebene liegen, die hier zwischen diesen beiden Achsen liegt. Ihr könnt es mal selber probieren. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Ihr braucht ja immer einen Punkt und zwei Pfeile. Pfeile habt ihr hier schon drei. Ihr müsst jetzt nur die richtigen zwei nehmen. Und einen Punkt findet ihr, glaube ich, auch, der in der Ebene liegt. Probiert es mal. Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, die Lösung. Na ja, ganz einfach. Es ist eigentlich schon durchs Koordinatensystem vorgegeben. Wir haben als Startpunkt den Ursprung. Und wenn wir zwei Pfeile ranhängen wollen, sind hier mit der x1 Achse und der x2 Achse schon zwei Pfeile dargestellt. In Vektordarstellung wäre es als Stützvektor 0, 0, 0. Als erster Spannvektor 1, 0, 0. Das wäre das, was hier als roter Pfeil geometrisch dargestellt ist, u. Und als zweiter Spannvektor 0, 1, 0. Das wäre das, was hier dargestellt ist, als kleiner Pfeil v. Natürlich können die Pfeile O und V beliebig lang sein. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 5, 0, egal. Richtig. Durch unsere Vorfaktoren R und S bestimmen wir ja immer, welchen Teil wir von dem Pfeil nehmen. Das heißt, dadurch ist es egal, wie lang die Pfeile dann ursprünglich waren. So, das war's mit den Aufgaben. Wichtig ist, was ihr aus dem Video mitnehmen solltet, ist die Veranschaulichung einer Ebene mit der Parameterdarstellung. Die muss richtig gut sitzen, denn darauf baut auch alles jetzt auf. Wir haben dazu extra dieses GOG-Bei-Applet, das wir im Video auch benutzt haben, auf die Homepage gestellt. Bitte benutzt es auch, spielt damit ein bisschen rum, denn dann kriegt ihr ein richtig gutes Verständnis für die Parameterdarstellung. Und das wird für die kommenden Wochen ziemlich hilfreich sein. Das war's. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.